Gehen die irgendwann wieder zu, oder bleiben die auf? Und wenn die aufbleiben, dann wäre es natürlich einfacher, hier später nochmal hinzukommen. Farbwechsel rot! Wupp, wupp! So. Okay. Nee, warte, ich hab den irgendwo hier gebraucht. Bei so einer, bei so Fruchtkisten, oder? War das irgendwo anders? Oh, ich hab schon wieder Orientierung. Orientierung lässt grüßen! Auf jeden Fall kann ich damit am Strand noch was machen. Lange waren wir nicht hier, ja? Sehr viel Zeit. Ja, ja. Nein, was ist immer noch? War das ja, was ist schon mal noch nie? War das ja, war das ja. Ja. So, ich hab die Zeigungen, johli. Wie, das zählt nicht, wenn ich aus dem Bild rausgehe? Ja, ich warte. So, wo ist die letzte? Ey, ne, jetzt sag mal bitte nicht, ich muss die letzte erst bauen. Ich bin nur jetzt hier. Ach, Spiel. Ach, da ist die fünfte. Ach, wir bekommen aber immer nur Charaktere. Ich möchte lieber diese tollen Supersteine dafür haben. Von denen kann man sich nicht so coole Sachen kaufen. Okay. Okay, ja. Hm. Hier brauche ich noch irgendwo das Rote. Bei dem Fragezeichen hier, genau. Da war nämlich der blaue. Aber ich brauche den roten. Jetzt muss ich mir die Stelle wiederfinden. Hier. Wenn die Kamera mitmachen würde... Echt jetzt? Davon gibt es auch drei Stück. Ja, aber ich weiß doch jetzt gar nicht, wo die alle sind. Mir ist ja jetzt auch nur dieses eine Ding aufgefallen. Wenn ich die jetzt alle suche, dann sind wir ja noch ewig hier am Gange. Ne, das machen wir jetzt dann nicht. Dann machen wir davon erstmal nur eine. Also erstmal nur die hier. Und wenn mir dann weitere Kisten auffallen, können wir das immer noch machen. Aber ich habe jetzt keine Lust hier. Stundenlang. Minutenlang die Dinger zu... Ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Auch wenn wir echt schon ganz schön viel machen können, ne? Lecker! Ja, komm, ich nehme jetzt ein Auto. Dann fahren wir erstmal dahin, wo ich das... Was ich auf der Straße markiert habe. Zügel sind böse für Autos, habe ich gelernt. Ähm. Oh. Was ist das jetzt hier? Ich habe Rätkäuze kaputt gemacht. Gute Nachrichten gibt es nicht. Nur ausgezeichnete. Was ist denn für... Okay, Briefkästen sind auch irgendwo noch welche. Oh, scheiße. Ist ja jetzt hier nicht das. Spiel! Bitte! Bitte! Okay, ich habe auch da keine Ahnung, was das ist. Also wenn ich Briefkästen sehe, mache ich die auch rot. Und wenn ich nicht Briefkästen sehe, dann mache ich sie nicht rot. Ich habe übrigens den Sinn von diesem Symbol nicht verstanden. Deswegen machen wir woanders weiter. Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Ich weiß nicht. Ich kann auch meinen Triller-Pfeife drücken. Aber das wäre ein bisschen gemein. Dann können sie sich nicht wehren. Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Das ist nicht ganz richtig. Aber... Aber das ist ja jetzt mal richtig nervig. Ich stelle mir vor, ich finde jetzt so Objekte, die ich dann färben kann. Und dann habe ich nur die falschen Farben dabei. Also... Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel so fair ist und wirklich überall, wo man irgendwas färben muss, halt auch Farbverteile hat, ne? Ich meine vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Einmal anhalten. So. Ähm... Das sind so Stationen. Da ist gerade nichts Besonderes. Warum blinkt die? Ach, weil da Missionen auch ist. Okay. Naja, da bis jetzt nichts Besonderes sonst ist, würde ich sagen, machen wir die Mission weiter, oder? Ich habe jetzt auf jeden Fall keinen anderen Vorschlag, dementsprechend. Weil ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich die Farbe kann ohne sonst noch. Ja, wenn du halt so doof in mich reinfällst, ist es halt nicht schlau. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay. wenn du... ob ich dynamite bei habe... ...j ningunaweise... wenn ich weiß, was ich durch 6 bekommen, dann hole ich dynamite. ich weiß nicht, wo ich hier Dynamit bekomme, aber ich weiß, wo ich es auf der anderen Seite bekomme. Ich weiß nicht, wo ich es auf der anderen Seite bekomme, wo ich es auf der anderen Seite bekomme. Das ist zwar jetzt nicht so elegant gewesen, aber... Was ist das? Ja, guck mal, was ist das? Hat das noch so ein Geldautomaten, ne? Ja, es tut mir leid. Ich wollte auch eigentlich nur Dynamit holen. Und dann war der Geldautomat plötzlich. Platz ab! Boah, das kann sein. Ach nein. Ich weiß, ich bin vorbeigefallen, aber ich finde das gerade zu lustig. Okay, jetzt lass uns hier mal weitermachen. Wo war die Statue oben auf der Brücke, ne? Achso, ich dachte, das geht auch kaputt. Aber das geht nicht kaputt. So schön, wie ich geparkt habe, hat da bestimmt noch keiner geparkt. Okay, da hat bestimmt noch niemand geparkt, aber... Ja, eure Bosse und die Lohnerhöhung immer, ne? Meine Kanone ist gerade rot, ne? Sorry. Ach ja... Ja, doch, irgendwie war es schon deine Schuld, aber... Ich möchte zu dieser, ähm... Zu diesem Lego-Ding... Zu diesen Steinen, die hier liegen, weil wenn ich gerade eine rote Kanone habe, dann kann ich, äh... Den einen auf jeden Fall schon mal rot färben. Ist das hier vielleicht ein Parcours oder so? Man weiß es ja nicht so genau. Deswegen muss ich das ja nochmal machen. Eben. Ups. Weil wenn es ein Parcours ist... Ich weiß gar nicht, ob man die denn machen muss, um die frei zu schalten, oder... Wie man die genau frei schaltet, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Da ist einfach nur so ein Farbkanon-Ding. Das muss ich mir merken, dass da so ein Farbkanon-Ding ist. Ne, hier ist nichts, okay. Farbkanon-Ding, was für eine Farbe ist in der anderen? Ja. Entschuldigung. Es tut mir nicht leid. Also doch irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ich finde den Tag auch schön, danke. Okay, da fehlt noch blau. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich diese blöde blaue Kanone hab, ne? Ich brauche eine rote Kanone. Da ist die blaue auf jeden Fall. Aber bevor ich die blaue hole, hole ich mir die rote wieder. Denn hier sind so Telefonzellen überall. Ohne Farbe. Und ich wette, die könnten auch mal gefärbt werden. Es tut mir sehr leid, Leute. So, äh, mehr oder weniger. Äh... Wo war denn das Gerät meiner Begehrende? Was war denn? Es ist schon wieder gelb drin, es hat nicht gespeichert. Obwohl laut meiner Theorie hier dann irgendwo auch ein roter sein müsste, ne? Also hier kann man safe irgendwo auch auf rot wechseln. Ich geh gleich mal da hoch. Das weiß ich auch nicht. Ich könnte Vermutungen anstellen, aber das möchten sie glaube ich nicht. Ähm... Hm. Ähm... Hm. Kommt schon. Das ist doch mehr wert als das Ding hier, oder? Oh Mono. Ich beschwär mich glaube ich zu viel. Aber die Sachen die ich bekomme. Und hier machen wir wieder diesen Bankautomaten kaputt. Und hier machen wir wieder diesen Bankautomaten kaputt. Und es hat sich direkt gelohnt. So. Ähm... Kann ich mit dir bitte einmal den Fahrtwechsel nach Rot suchen, bitte? Ich meine, der ist doch sicher hier irgendwo, oder? Leute, wenn ihr ihn gesehen habt, dann sagt Bescheid. Es kann ja sein, dass ich ihn übersehe so gut. Bin ich ja manchmal ein bisschen blind, aber... Da ist gelb. Ja, oder wir fahren zurück zum Hafen. Aber da habe ich eigentlich wenig Bock drauf, weil ich mir nicht vorstellen kann, was das Spiel sich denkt. Ach, Mist. So, Yosi, du musst zum Hafen fahren. Um rote Farbe zu bekommen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was bringen wir das hier reinzugehen? Den roten Farbwechsel vielleicht? Ja, äh, nicht viel. Ich bin hier auf Steinen und auf Suche nach diesen Steinen. Ich habe auf jeden Fall den gefunden, den ich auch noch brauchte, ne? Aber eigentlich suche ich nur noch einen Farbwechsel in Rot. Ich möchte jetzt nur sehr ungern, um ehrlich zu sein, in Richtung Hafen wieder aufbrechen. Ein bisschen Bewegung tut ja sicher ganz gut. Das ist ein Notfall. Okay. 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 Das ist doch sicher hier irgendwo, oder? Also... Die machen hier doch nicht zwei Farbwechsel hin, wenn man eigentlich drei braucht. auch... Ich kann mir das nicht... nicht vorstellen. Immerhin komme ich mit dem Stein weiter. Deutlich weiter als ich dachte, zumindest. Weil ich auf der Suche nach einem Objekt bin, das von meiner Pistole die Farbe wechselt. Ja, dann würde ich mir überlegen, warum nicht, ne? Ähm... Ich habe auch keine Ahnung, wo ich suchen soll. Das Eis in Papalandos ist unerreicht. Ja, bestimmt nicht, weil das Mafia-Boss gehört. Ist hier der Brote drin? Ne, natürlich auch nicht. Ich fahre gleich zum Hafen, Leute. Ich bin schon wieder Urlaub-Zeit. Ich bin nicht ausgepowert. Das ist so fein. Aber jetzt habe ich gerade die Gedanken... Okay, wir fahren zum Hoffen. Ich will jetzt auch eine Stunde lang hier suchen, um ehrlich zu sein. Aber was wird mir denn anderes übrig? Wichtige Polizeiangelegenheit, denn ich muss fahren. Ja, hierhin letzten Endes. Ich kann mir das zwar beim besten Willen nicht vorstellen. Ich will mit... Nein, ich will nicht zum Hafen fahren. Habt ihr gesehen, wie weit das ist? Ja, nicht viel. Ich müsste eigentlich zum Hafen, aber... Die blöde Kamera hier ist für diesen Spielplatz auch sehr ungeeignet übrigens, ne? Ich kann so ja nicht... So, okay, jetzt auf dem Spielplatz hier auf. Ja! Ich komm schon, was ist denn das auf der Kamera? Ja, das ist doch schön, aber... Ja, das ist doch schön, aber... Ich wette, wenn ich jetzt zum Hafen fahre... Also, ich würde fast dafür wetten... Wenn ich jetzt zum Hafen fahre und hierhin zurückkomme, dann stehe ich sofort... vor dem Farbumwandler mit Rot.